Schönen guten Abend. Wir sind heute hier in Wien, im Gasometer. Mit dem ersten Mal da, gerade erst von Backstage rein. Total fertig von der Fahrt und von der Party gestern. Kroatien, was geht, Alter. Schauen wir uns mal die Halle an, oder? Also die, ihr geht jetzt weiter. Warte, gehst du mit? Willst du noch ein bisschen? Okay, gut. Das ist schon groß, ja? Ich denke mal, so zehn Zuschauer werden schon kommen. Also wir können heute auch noch Stapler fahren. Das ist Chrissy. Nice to meet you. Hi. Princess of Merchandise. Merchandise. Bloodhunter. Ja. Genau. Das ist was wir heute noch. Wir haben noch nicht gehört. Wir haben noch keine Gewaltigung. Wir haben einen Schuss von D.A. Wir haben einen Schuss von D.A. Wir haben uns eine Schuss von D.A. Das ist ein scheiß Haus, aber wir haben keine Dosen. Es könnte ein Problem für den Rest der Crew sein, wenn ich meine Scheiße hier lasse. Geht rein, Papa! Ich bin nicht dick. Schaut nur so aus. Also hier zuhause am Fernseher könnt ihr jetzt natürlich nicht riechen, aber hier stinkts. Oh mein Gott! Sag mal irgendjemand wo wir sind? Wien, Gasometer. Peter, klasse ey! Ich bin nicht weggemaßt! Ich wollte das alles wegschauen. Ich bin nicht weggemaßt! Ich bin nicht weggemaßt! Only for making a chance It's always the procedure I don't understand it Everyone break me down Break me down Down and 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 down Can you feel I'm failing? Don't you see I'm down and down Can you feel I'm failing? That that's all I'm thinking of